Hallo liebe YouTuber und Geocacher unter euch. Heute gibt es wieder einen lustigen LP, lustigen LP, ein geiler LP. Allerdings nicht öffentlicher in Polen. In Deutschland ist das ja Hausfriedensbruch und nicht erlaubt, also nicht nachmachen. Aber in Polen ist das alles etwas anders. Dann ab zu Video. Aber jetzt ist man wirklich ein echter Lost Place. Altes Bunkersystem, Kanonenstellung und noch ein Meldeturm oder was das ist. Dann kommt einfach mal mit. Heute quatsch ich nicht viel. Einfach bloß filmen und Mocke. Aber den Cash den zeige ich natürlich noch. Ein bisschen ähnlich. Den anderen will ich euch finden. Gut, wie ist der hier? Ist der hier drinnen? Ich sehe ihn doch. Hier, guck mal, dort ist er doch. Gut, dann haben wir den Locken und dann geht es ab zum Turm. und dann geht es ab. Auch mal als Spielkasse. Obwohl man es als Spielkasse tun. Wie ist das? Ja, ich weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist jetzt noch ein Häusel, da hinten war der Turm, wo wir gerade waren Jetzt kriegen wir hier nochmal rein Griechen, wir griechen hier nochmal rein Aber das ist eher unspektakulär Die Natur holt sich alles zurück Ne, hier gibt es nichts mehr zu sehen Hier gibt es nichts mehr zu sehen Dann sage ich bis bald im Wald Und bis zum nächsten Video Dann, ciao Servus miteinander Und dann, hier ist noch ein Fokastrekke Ach, warte, das geht nicht in, wir müssen noch fliegen um und die Ohren